Jo meine Freunde, RISK mal Beigenstadt heute mit FIFA 17 Foodcraft Und die erste Aufstellung ist gleich die beste Aufstellung finde ich Und die nehm ich auch Und die nehm ich auch und mein Ding hängt Passt jetzt habe ich es, Kapitän wird Ich nehm Der Bräune Was denn? Modern Compact Okay Jetzt kriegen wir Rakitic Fangen wir da hinten an Ich versuche jetzt in der spanischen Liga den Hör zu machen Du geh Wacht nur aus dem Tringer Grimma kär alexi Alexi Da kriegen wir Toni Kroos Aber ich würde Läschi statt Rakitic Okay So muss los Los Was kommt denn die nur für Scherze Bruno Neymar Neymar Scheiße Das ist aber ne Scheiße Ich krieg nur Spieler habe ich brauche Ich brauche einen Verträger Bitte Bitte LB Zack Keiner Gehen Schufe Hör Ich mach Kino Was nehm Was Nehm Natürlich Vinkumma D Die Wess Die Wacklin Nehm Schuhe Die krieg schuhe obwohl er wird jetzt nicht gut klingt hätte jetzt nur spanischen drama war die china noch einmal recht der flügel und martin kuhlisch spiel bitte Wie geht's? Du musst da mal runter. Das ist ja viel Spaß. Das ist so geil. Das ist so geil. Ist gut, ich fahre in Lanzasawa. Vielleicht. Boah. Stimmen nehmen einfach hier. Jetzt nehmen wir aber Karasko. Stimmen hier. Und jetzt habe ich wieder keinen Stürmer. Nimm mal den Baller. Immer wieder da. Okay, von der Chemie ist mein Team richtig scheiße. Okay, jetzt habe ich wieder mehr Chemie. Ich habe aber aufgegangen. So. Aneranzig. Zack. Neanzig. Zack. Neanzig. Neuner ochtzig. Statt in vierer ochtzig. Sechser ochtzig. Passt in meine. Okay. Neuner ochtzig. Neuner ochtzig. Neuner ochtzig. Neuner ochtzig. Neuner ochtig. Aber irgendwas. Draft. Ich werde zuviel gewähren. kate gespüchern kate gespüchern wenn der schweiz zu ziehen leid du musst mal ein video machen was youtube steht oder? immer ein grad drauf Du kannst die aufnehmen, wenn du das spürst. Ich bleib oben bei meinen drei Standards spüren, dann wird das sicher noch was anderes machen. Kommt schon, ich hab so ein scheiß Team. Aber das kann was reißen und das reißt auch was. Ich hätte nicht gedacht, dass ich schon so weit komm. Aber jetzt werden wir sicher verlieren. Ich bin mal zu 100% sicher, Mario Sauris und das war die Entscheidung. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Aber nur Goldpacks, das war halt schön. Okay, mach mal ein Goldpacker. Vielleicht kriege ich was Geils. Ich hab gesagt, was Geils kann ich den Opa. Oh, in Form. Timo Werner. Oh, ne Lidane. Ist das ja Ali. Okay, nice. Dann war's das auch für dieses Spiel. Bleib cool. Und ciao.